Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Folge Way2NationalTeam und ja hier ist das Team und wir gehen sofort ins Spiel bis gleich. So die erste Aktion übergeht. Der macht hier erstmal Rainbow und dann der Schuss, der war nicht drin, aber der Nachschuss von Bernard, der saß. So die nächste Aktion wieder über Götze. Der macht einen Spin, schießt dann drauf und Gollas so 2 zu 0 nach gerade mal 11 Minuten. Götze macht aber sofort weiterhin mit einem Roulette mit einem Hacke zu Hacke. Dann geht er erstmal wieder zwischen zurück, macht einen Rainbow und schießt drauf. Gollas so. Ein Traumtor. So die nächste Aktion. Der Gegner verliert den Ball. Beißer macht das hier. Also der Gegner hat den Ball verloren und ja. Beißer schießt einfach rein. So Werner macht genau das gleiche. Der lobt drüber. Äh auch Andi Latte. Ja, nein, ist jetzt schon auch leider fertig. Götze macht es aber hier besser. Und ja, 5 zu 0. Nach gerade mal 6 und 3 Minuten. Ist auf jeden Fall richtig fresh. So jetzt hier Götze. Gollas so aus. 5 und 3 Meter. So Beißer macht sofort weiter. Hier spielt einen langen Pass auf Werner. Und was macht der? Der macht ein Finesse ins lange Eck. Gollas so 7 zu 0. So Beißer macht ihr weiter. Roulette und Gollas so 8 zu 0. So Götze ist Man of the Match geworden. Und ja. Wir holen uns hier so ein paar schöne Dinge. Ja, nämlich also ein schönes Ding. Und ja. Götze fängt vom Anstoßkreis aus an. Tackelt hier rum. Tackelt immer noch rum. Was kommt jetzt? Jetzt kommen ein paar Ballrollen. Dann ein Spin. Äh, chop, chop. Dann Hacke zu Hacke. Dann Hacke zu Hacke. Dann kommt ein Roulette. Und dann kommt noch ein Roulette. Und der Schuss und Gollas so. Götze ist 22 statt Treffer. Nach gerade mal 3 Minuten, glaube ich, waren es. So, Götze macht aber weiter. Was kommt jetzt? Jetzt kommt ein Elastico. Was jetzt? No Roulette. Was jetzt? Wieder ein Elastico. Jetzt hier Schussflinte. Und jetzt ein Job und der Schuss. Gollas so 2 zu 0 von Götze. So. Mali, der Neue, macht hier sofort die kleinen Tricks und schießt drauf. Gollas so 3 zu 0. So. Und jetzt hier. Thomas Kraft. Der hat keinen Bock mehr hinten zu stehen. Und was macht er jetzt? Ja, der läuft hier erstmal bis nach vorne. Dann wieder bis zurück. Und jetzt hier läuft er. Er ist schnell. Er ist schnell. Für den Keeper zumindest. So. Und was kommt jetzt? Er läuft in die Mitte. Keiner greift ihn an. Keiner greift ihn an. Und er schießt. Gollas so. Das gibt vielleicht eine extra Boni. Thomas Kraft. Ich glaube, er ist Thomas. Aber jedenfalls hier der Schuss, den sie hier gleich wieder zeigen, ist auf jeden Fall richtig geil. In den Winkel. Und ja. Götze macht die Flanke. Die geht auf Riedel, der auf Kraus. Und der spielt wieder mal auf Kraft. Und was macht Kraft? Genau das gleiche. Er läuft nach vorne. Er probiert es nochmal. Schafft er, schafft er es nicht. Das sehen wir gleich. So. Hier tackelt er bis rum. Läuft weiter. Dank seiner Torwartschnelligkeit kann er an allen vorbeireiten. Keiner reift ihn an. Und was kommt jetzt? Der Schuss. Boots. 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 Jetzt können wir hier nochmal in der Nacht. In der. In der. In der. In der. In der Zeitlupe. Nämlich ist man sehen. Äh. Ja. Hier der Schuss. Boots. Genau unter die Seite. Richtig geil. So. Beister macht weiter. Ja. Äh. Nach dem Roulette schießt er drauf. Ins kurze Eck. So. Götze. Was macht der Rainbow? Und dann. Boots. 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 Wie man da sieht. Das war vielleicht mal ein schöner Treffer. 7 zu 0. So. Mali macht weiter mit Roulette. Danach kommt noch ein Roulette. Dann wieder ein Roulette. Dann. Der Schuss. Goal. Lass so. 8 zu 0. So. Götze. 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 Roulette. Götze. Götze. Schuss. Finde. Schuss. Tor. So. Götze ist mein auf dem Match gewonnen mit Mali. Und das gibt richtig viel extra. So. Hier. Das alte Team. Und. Das neue Team. Bernd Lino und Christoph Kramer sind neu im Team. So. Ja. Das war es dann aber auch schon von dieser Folge. Und. Ja. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Video. Und ja. Diese. Diese Serie. Ähm. Dieses. Spiel ist einfach nur so krank. Diese zwei Spiele sind einfach nur so krank gewesen. Wir sehen uns jedenfalls nächstes Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Und. Ciao.